Huh. So. Apropos technischer Blödsinn. Guck mal hier. Der Busch, die Bären, alles plattige Textur und Frechheit. Ja. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Some Crisis 3. Ja, müssen wir uns erstmal ein bisschen dazwischen quatschen lassen. Von Psycho. Ich weiß. Die oberste Priorität wird es jetzt erstmal sein, nicht in die Schusslinie dieses Turms dazu geraten. Das ist uns beim letzten Mal nicht gelungen, aber jetzt weiß ich wenigstens, wenn man sich hinter irgendetwas versteckt, dann sieht er einen nicht. Gott sei Dank. Ich werde auch mal versuchen, das beizubehalten. Puh. Und dann Toi Toi Toi. Ja. Ich will mich hier nicht aus dem Leben pusten lassen. Wo ist denn das Ding? Und kann ich mich hier kurz mal enttagen? Ohne, dass ich auf den Sack kriege? Ja, Dankeschön. Eine Waffe suchen. So. Haben wir das hier? Hier ist nichts. Ach, toll. 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 Dankeschön. Hier ist nichts. Und ich habe mir die ganze Zeit am Kopf gekratzt und mich gefragt, was soll das hier? Waffe suchen. Was für ein Blödsinn. Ich habe ja eine in der Hand. Muss ich wahrscheinlich die ganzen Punkte da abgrasen? Klasse. Um diesen Turm zu deaktivieren. Ja. Warum auch nicht? Ich mache den lustigen Part. Hat Psyche ja gesagt. Das heißt zu deutsch, er hockt da oben rum. Schaukelt sich die Klöten. Ja. Bis sie wund und rot sind. Und ich darf hier im Teich schwimmen und mich beschießen lassen. Oh oh, ich tauche mal kurz ab. Von wegen Energieniveau und so. Zum Glück funktioniert das. Nein. Oder auch nicht. Ich will doch nur hier raus. Ah. So eine Scheiße. Ich will mich nicht erwischen lassen. Das wäre nämlich suboptimal. So. Ach, da ist das nächste Ding. Guck mal an. Nein. Ich will hier raus. So. Scheiß Teich, ey. Ohne Witz. Immer schön außerhalb der Sichtlinie bleiben, ja. Erinnert mich so ein kleines bisschen an diese Hardcore-Türme bei Dishonored. Dishonored. An die ich zwar noch nie geraten bin, so. Stress hatte ich mit denen noch nicht, aber da gibt es ja auch so Türme, so Wachtürme, die dich zerbrezeln, wenn du zu nah herankommst, ja. Aber ich muss schon sagen, guckt euch diese verdammte Landschaft an. Wie geil. Ja. Da hat sich Crytek mal wieder selbst übertroffen. Lager ist ein No-Go. Ja. Lager ist ein No-Go. Gut, vielleicht auf den ersten Blick nicht allzu viel Unterschied zu Crysis 2, ja, aber wenn man dann doch mal genauer hinschaut, wie gesagt, die ganze Vegetation und das alles. Ja, es ist schon ein Improvement, wie man so schön sagt. Ja. Es ist eine Verbesserung, schon. Eindeutig. Auch dieses ganze Licht, Schatten und Reflexionsgebinsel. Ja. Ich bin begeistert. So, genug des Lobs hier. Was soll denn das? Guckt ihr mal die scheißflachen Blatttexturen hier an. Was für eine hässliche Kacke. Mann, 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 ey. So. Gerade noch gelobt, denn Mist. Wird jetzt drauf gespuckt. Nein, Quatsch. Weiter im Text. Meine Energie geht alle und ich hab nichts zum Verstecken. Nein. Aha. So. Oh, ein paar Texturfehler haben wir auch entdeckt. Guckt mal. Haha. Crytek, wenn ihr das seht, sofort nachbessern. Geht ja gar nicht. Hallo. Was soll denn das? Das ist eines Crytek-Titels nicht würdig. So. Egal. Ist ja gerade erst frisch auf dem Markt, das Spiel. Habt ihr noch genug Zeit zum Patchen hier? Würde es wahrscheinlich eh einen Day-One-Fix für geben oder keine Ahnung was. Das ist ja meistens so. Oder nicht? Was red ich eigentlich so viel technischen Blödsinn hier? Nein. Duck, duck, duck. Huh. So. Apropos technischer Blödsinn. Guck mal hier. Der Busch. Die Bären. Alles platte, Textur und Frechheit. So. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Weg mit dem Grafikgelaber. Wir müssen hier die Waffe suchen. Ich frag mich immer noch, was für eine Waffe. Ja. Hier das... Wir haben nichts. ...auf ein Logo sein. Habe ich mir fast gedacht, ja. Erstmal neue Waffe freischalten und so. Da hinten ist dann wohl der nächste und wie es aussieht der letzte Punkt. Ja. Natürlich, ich stelle mich immer ein bisschen blöd. Ja. Das mache ich absichtlich, klar. Ist nun mal einfacher, sich doof zu stellen. Und dann umso überraschter zu sein, wenn man begriffen hat, worum es geht. Als wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Na, ich nehme einfach an. Du musst jetzt diesen Turm da deaktivieren. Wäre auch sonst zu dumm. Ja. Wenn er hier aktiviert bleibt. Und wir können uns hier nicht mal frei bewegen oder so. Außerdem muss ich ja dafür sorgen, dass Psycho mir folgen kann. Irgendwie. Sonst wäre das völlig sinnlos gewesen, dass sie den Charakter jetzt eingeführt haben. Wenn er schon an dieser Stelle des Spiels mich leider verlassen muss. weil er nun mal kaputtbar ist und ich nicht. Ich bin der Super-Soldat und er ist einfach nur zerbrechlich. Tritt sich den Fuß an einer rostigen Metalltür kaputt. Also echt. Und das will ein Soldat sein. Was ist da los? 50 Meter noch. So, ganz grob. Jetzt. Wenn das wieder ein No-Go ist, dann kotze ich dem ins Gesicht, der mir hier die Punkte markiert hat. Ohne Witz. Na, nicht jetzt hänge ich fest. Nein. Ich will das nicht. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Ceph-Arm. Ja. So, was habe ich schon mal gesehen? So Strukturen. Wo guckt mich der Turm an, ja? Oh. Oh oh. Wieso nicht? Das weiß er doch nicht. Oh 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 oh. Was? Inkompatible Hardware entdeckt? Turmkanonen zerstören. Ach du Einwitzker. Na klar, jetzt beschießt mich der Turm. Ja. Schönen Dank auch. Oh oh. Ach du je. Das blendet aber. Ich sehe da nichts. Oh. Hör mal auf. Club out. Club out. Club out. Haha. Aber es ist einfach toll. Okay. Du hast Zerls Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja. Was ist denn das bitte für ein Aperino hier? Oh oh. Oh. Ja. Ich weiß. Oh. Gib mir ein Update zu deiner Position. Wir kommen zu dir. Was? Okay. Du hast... Nein. Du hast Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ist nicht wahr, oder? Was war denn das? Was war denn das? Scheiße. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Ach so. Ich verstehe. Minen. Ein Minenfeld. Guck doch mal, oder? Ich hoffe zumindest, dass das Minen waren. Ja. Siehste. Siehste. Hoffentlich sehe ich die jetzt. Nein. Ja, nein. Doch. Minen und so. Guck doch mal. Ah. Na? Abgestellt. Perfekt. Dankeschön. Ich dachte, was hat mich da auseinandergepflückt? Geht ja gar nicht klar. Piep, 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 piep. Inkompatible Hardware entdeckt. Nur weil ich jetzt dieses Gerät hier trage? Nicht schlecht. Und da oben steht... Ne, da hinten ist irgendwas Rotes. Okay. Das ist wahrscheinlich der nächste Turm. Macht er nichts. Solange der mich nicht sehen kann, ist hier alles klar. Äh. Oh. Aber die haben ja gerade gesagt, ja. Sektoren sichern. Vorrücken und schießen. Ganz länger 2, 1. Hier ist die Entschuld. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, ist der Feind noch in der Gegend. Ja. Verstanden. Wir sind gleich im Zielgebiet. Over. Haha. So ein Mist. Waren das die Rebellen? Ja. Ich will hier... Ach, wähle den Bogen. Ja, so ein Mist. So. Elektrische Pfeilspitzen. So. Ich probiere es mal und schieße extra daneben. Zack. Hahaha. Okay. Funktioniert. Habe ich gesehen. Aber ich würde ja lieber das Bolt Sniper behalten. Was ist da los? Das ist eine coole Waffe. Wenn die so einen Turm zerballern kann. Was ist da los? Mann. So. Inkompatible Hardware. So ein Blödsinn. So, jetzt schieße ich mal hier kurz mit Kanonen auf Spatzen. Hier liegt einer unserer Jungs. Von einem Pfeil getötet. Ja. Was? Oh, oh. Oh, oh. Grenade! Wo denn? Ah. Hahaha. So. Oh. Was willst du? Klatsch. Oh nein. Oh nein. Du Schwein. Ja, halt dein Maul. Energieniveau kritisch. Schon wieder. So ein Mist. Geh kacken. Kann ich den Heli runterholen? Nein. Kann ich nicht. Scheiße. Hm. 16 Schuss auch nur noch, oder? Ist doch gar nicht wahr. Da stand vorhin 100. Da stand vorhin 100. Jetzt bin ich bei 16. Nee, ist Quatsch. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Zu Psycho stoßen. Ja, toll. Jetzt umzingeln die mich hier, die Affen? Ja. Nein. Was? Was soll denn das? Ich dachte, ich stehe im Gebüsch und die sehen mich nicht. Hallo? Bei Far Cry 3 ist das so. Warum ist das so unrealistisch? So was blödes. Sprüche klopfen, das können sie. Wie die Großen. Wie die Großen. Mann, Mann, Mann. Ich will aber die dicke Waffe nicht wegwerfen. So, er ist also da oben irgendwo auf der Straße. Gut. Nein, komme ich nicht rauf. Dankeschön. Hier haben wir wieder ein Minenfels. Super. Hier hacken und so? Geht das nicht? Warum nicht? Ich will das hacken hier. Macht keinen Unsinn. Wo ist denn hier der Haupt-Hackpunkt? Gibt's die nicht? Ach, so ein Blödsinn. Die sind ja schon entschärft. Guck mal. Hier komme ich doch her. Äh. Hä? Bin ich blöd? Hier bin ich lang gelaufen? Da hätte ich wahrscheinlich hier hoch gemusst und dann von oben wieder zurück. Mann, Mann. So was Bescheuertes hier. Was machen denn die für Sachen? So. Da hinten rauf. Natürlich. Guck, jetzt sehen sie mich bestimmt. Pass auf. Pass auf. Na? Na? Nein. Danke. Hätte ich auch nicht gut gefunden. Katze lange suchen, Kumpel. Hier einfach rauf. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Hätte ich, du Feigling. Du Feigling. Halt die Fresse. Hm. Äh. Sicherheitsabliegelung an dir. Ja. Aber da ist ein Zaun, oder? Eine Mauer? Und jetzt? Hier ist alles klar. Meine Energie, Hilfe. Achtung. Cell-Waffen werden in deiner Nähe abgesetzt. Aha. Cell-Anflugfeuer untersuchen. Oh Mann, ey. Cell-Waffen werden in deiner Nähe abgesetzt. So. Lass mich hier rüber. Wie, keine Munition, was? Aber das ist auf dem Highway hier oben. Auf der Straße. Wie komme ich denn da hin? Oder ist das da drunter? Keine Ahnung. Ich laufe da jetzt hin. Fertig. Aus. Tö-tö-tö-tö. Na. Ist schon sehr verwirrend hier. Offene Welt. Und alles. Ja, er ist hier, glaube ich. Ja, guck. Da ist er doch. Da ist es doch. Aber ich habe doch hier Sekundärziel. Was soll denn das? Lokalisiere die Quelle des Cell-Anflugfeuers. Ja, schön. Naja. Muss aber jetzt nicht mehr sein, oder? Nee. Ich glaube, das reicht erst mal. Wir haben mal gerade geschafft, das Feld zu überqueren. Ja, ja, ja. Was für ein Blödsinn. Was steht da? Railway Crossing. Cross at your own risk. Geht mal kacken. So. Ich melde mich hier erst mal aus dem Kreis, meine Freunde. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es hier heißt, let's play some Crysis 2. Bis dahin. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.